Interessant für sicherheitsbewusste Quadfahrer ist GripLock. Dabei handelt es sich um eine neuartige Diebstahlsicherung, die auf der Messe Motorräder Dortmund 2015 Premiere feierte. Ähnlich konstruiert wie ein Bremsscheibenschloss, wird GripLock am Lenker des Quads oder ATVs befestigt und verriegelt dort den Handbremshebel. Abgesehen davon, dass eine Fixierung an der Scheibenbremse beim Krabbelzeug aufgrund der Winze seiner Bremsscheiben problematisch wäre, ist die Diebstahlsicherung dort oben unübersehbar, zumal sie in poppigen Farben zu haben ist. Diebstahl von Krabbelzeugen Das schreckt nicht nur interessierte Fahrzeugwechsler ab, sondern erspart auch dem Besitzer das mitunter nicht billige Malheur, beim Losfahren nicht an das fixierte Bremsscheibenschloss zu denken. Jedes GripLock-Schloss enthält vier Kerne aus gehärtetem Stahl. Eine Kunststoffummantelung aus faserverstärktem Nylon verhindert Rostbildung. Mit einem Gewicht von 330 Gramm und einer Abmessung von 15 x 4,5 x 5 cm ist das Sicherheitsschloss leicht und klein. Für ein GripLock-Schloss empfiehlt der Hersteller einen VK-Preis von 59 Euro. Und wer den Schlüssel verliert, muss hart arbeiten, um wieder Quad fahren zu können.